Schauen Sie sich mal diesen Jaguar an. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einer Automatik. Dieser Jaguar ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Ein Jaguar wie dieser ist außerdem mit einigen Sicherheitsvorkehrungen wie ESP, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfern ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Jaguar machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017